... ... ... ... Okay, das ging schnell! Äh, ja dann willkommen zu Dead or Alive 6! Öhm, eigentlich hab ich damit ge... Warte mal, wo ist eigentlich das komische Intro überhaupt abgeblieben? Fällt mir gerade so spontan ein Na jedenfalls Dead Door Live 6 erscheint am den Dieses Spiel speichert an bestimmten Punkten automatisch Daten Schaltet die Konsole nicht aus, während Daten gespeichert werden Während des Speicherns wird unten rechts im Bildschirm ein Symbol angezeigt Möchtest du die Darstellung von Blut und Gewalt deaktivieren? Nein Möchtest du das Tutorial starten? Du kannst das Tutorial jederzeit starten indem du Hauptmenü Bildschirm Optionen drückst Erstmal nicht Neue Titel freigestaltet Schön sich kennen zu lernen Dead Door Live 6 kommt wie gesagt Am 1. März 2019 Ich hab's ja natürlich schon vorher bestellt und hab einen Tag früher bekommen und ich geh erstmal unter Optionen Wo ist denn der Unterschied? Ich glaub ich nehme mal Door 6 oder doch Door 6 Okay, so ein Dreieck kommt dann Controller Ähm Ich drücke doch Optionen Möchte nicht funktionieren Achso, ich glaub gedrückt halten und dann ändern oder? Möchte nicht funktionieren Einiges ist erscheint noch nicht frei gespielt wie ich sehe Dead Door Live 6 Season Pass 1 mit Bonus Kostüm für Niko Bonus Kostüm für Niko und New Tango So Dann mach ich jetzt mal das Tutorial Auswählen während der Installationsvorgabe nicht möglich Ach, jetzt ist es noch am ins Oh, das installiert ja noch Das hat mir doch gerade erst angezeigt, dass es fertig ist Dann mach ich mal freies Training Throwdown-Herausforderungen werden deaktiviert, bis du einen Hauptcharakter für Ranglisten-Matches festlegst Wähle einen Charakter für Ranglisten-Matches aus, wenn du Throwdown-Herausforderungen erhalten möchtest So Entweder die muss ich hier alle freispielen, die grau sind Oder die sind auch noch nicht verfügbar Hier unten kommen noch zwei DLC-Charakteren Also ich weiß Niko und Diego, wo ist er hier? Die sind neu Und in der Tat kann ich nur vier Charakteren spielen Ah, okay Dann spiele ich mal den Neuling Warum ist Zufall blockiert? Aber kann eigentlich Ich möchte nur kurz reinkommen, dann mache ich kurz einen Cut Gewichtgleich Kazumi, Honoka und andere, die als Leichtgewichte eingestuft sind Können sehr hoch geworfen werden Da ist jonglieren gegen sie besonders effektiv Davon gibt dann jetzt so einen Scheiß Durch Hitomis, Oroka, Junsei Prallen Gegner Okay Also Diego spielt sich nicht schlecht Und ich spiele übrigens Dator Life 6 zum allerersten Mal Also diesen Titel Davor habe ich natürlich die Vorgänger gespielt Aber Diego spiele ich wirklich zum allerersten Mal Weil, wie gesagt, er neu ist Okay Dann tage ich dann noch die anderen zwei Also jetzt hier im Spiel Und dann Werde ich kurz einen Cut machen Drücke H während einer Movekette Um zu verhindern, dass dein nächster Eingabe als Teil der Movekette interpretiert wird Dies wird als H-Cancel bezeichnet Benutze H-Cancel, um Moveketten abzubrechen und unerwünschte Moves zu verhindern Was ich gut finde, dass die Charakteren alle ein neues Kostüm bekommen haben Bei einigen Gefällt mir der Look zwar nicht, aber okay Soweit ich weiß, es ist bei La Mariposa Beziehungsweise Lisa Okay, gut Dann mache ich jetzt hier wirklich mal einen kleinen Cut Dann bis gleich So Äh Innerhalb ein paar Minuten War jetzt dann plötzlich alles freigespielt hier Also es war vielleicht während der Spiel Alles freigespielt So Warum La Mariposa jetzt hier angezeigt ist Weiß ich nicht Jedenfalls gefällt mir ihr Kostüm nicht So Training Ich mache jetzt einfach mal das Tutorial Vielleicht Doch nicht Ich habe ein Problem Und zwar Ich kann die Geschichte nicht zeigen Warum? Weil es da eine geblockierte Szene ist Also Ich kann über Playstation 4 es nicht aufnehmen Das heißt ich muss dann irgendwann mal über Dings aufnehmen Schade Das heißt in diesem Das heißt in diesem Part Wird die Geschichte noch nicht Ähm Geben Da ist Alpha Door 4, Door 1, Door 2, gut Hast du mich gerufen? Ich bin hier um Routinewartung an diesem Terminal durchzuführen Kann ich etwas für dich tun? Du möchtest, dass ich Den Door Simulator repariere Ist das korrekt? Hm? Ein Fehler? Das ist Ich verstehe Ich werde Ich werde dem Problem auf den Grund gehen Analysator aktivieren Hehe Das sollte klappen Nein Wenn du mit Hilfe des Door Simulators Quests ausführst Sollte sich das System nach und nach stabilisieren Wenn du die Mission in den einzelnen Quests abschließt Erhältst du Sterne Je nach der Anzahl der verdienten Sterne erhältst du verschiedene Belohnungen Erlaube mir die Grundlagen zu erklären Haha Asiatische Seele, okay Okay Ninja Forschung Mugen Tengching Ich spiele anscheinend Kazumi, oder? Schließe die Quest ab Bewirke mit einer Combo 35 Schaden Führe einen Bodenangriff aus Schließe alle Missionen ab Ich werde zu Asuri nicht alles bekommen Also ich spiele jetzt Kazumi und kämpfe gegen Ayane, oder wie ist es? Aha Asuri Ne, gar nicht Trophäe halten Fighting Entertainment Übrigens, ich hab Konnte doch noch die Steuerung bei mir anpassen Also selber anpassen Achja, das mit Übrigens mit Faser 4 und Neo Tango Das sind DLC Charakteren Es kriegen nur die, die Natürlich vorbestellt haben Also kostenlos Denn quasi Ja, ich hab vorbestellt, aber Ich hab jetzt Die teuren Sachen nicht Gekauft Es gab irgendwie Das normale, was ich habe Und dann auch irgendwelche Limit Sachen da Sagt es doch, dass ich selber Aktivieren muss Tja Trophäe erhalten Sternenfänger Ich wollte einen Bodenangriff machen Aber irgendwie hat das nicht funktioniert Hm, passiert Neue Titel freigeschaltet Topaz So, ich spiele Leifang und kämpfe gegen Canbi Wie immer Schließe die Quest ab Bewirke mit einer Compo 53 Schaden Lande drei Treffer gegen Einen Gegner Beim Side Step Um ehrlich zu sein Ich brauch eigentlich jetzt nicht alle Punkte da oder so Oder die Sterne Ich möchte euch einfach nur die Missionen zeigen Und halt Durch den Spiel Spaß halt Also ich möchte mich jetzt hier auch nicht Großartig beweisen oder so Aber Dead or Alive 6 Macht erstmal einen guten Eindruck Das einzige, was ich Negativ finde Und kritisiere Ist das mit den DLCs Ich finde es schade, dass heute nur noch mit Also bei Beat the Mappy Spiele zum Beispiel Finde ich schade, dass es nur noch DLCs gibt Ich meine Bei Beat the Mappy Spielen sollte man keine DLC Charakteren einfügen Denn für mich ist das nur Abzocke Deswegen würde ich euch raten Auch wenn Vielleicht mal euren Lieblingscharakter dabei ist oder so Kauft es lieber nicht Ich würde sowas nicht unterstützen Denn je weniger halt Leute DLCs kaufen Desto mehr Begreifen die Dass es nicht mehr funktioniert Aber wenn immer viele DLC Charakteren Kaufen oder die ganzen DLCs Dann Machen die es immer und immer wieder Das heißt Man sollte halt einfach nur aufhören Die ganzen DLCs zu kaufen Damit Die Macher nicht mehr Nicht mehr auf die Idee kommt DLCs einzufügen Besonders Bei Charakteren Ich glaube die anderen Sterne werde ich mir irgendwann In Offscreen holen Ich werde hier noch Balmain spielen Gegen Christy Erhöhe Bruchanzeige Mit einer Combo um 30 Schließe die Quest In Einer Minute ab Ich glaube das werde ich nicht schaffen Ich bin kein Balmain Spieler Ich bin ein Ich bin ein Schliess Schmere Ich bin ein Der Ich bin ein Schmere Dein Fuß ist eingepennt. Yay, alle Sterne! Vergesst es immer wieder, dass es selber drücken muss. So, toll, ein Kostüm. Lama-Riposer-Kostüm 12, Kostüm-Musterteile freigeschaltet, freigeschaltende Musterteile 200, 200 von 500, ah ja. Neuen Titel freigeschaltet, Spinel, ah ja. Äh, soweit ich weiß, konnte man auch irgendwo die Kämpfe... hier, Garderobe. Du bürst keine Lizenz für diesen Charakter. Ah! Also wirklich... ein Kostüm-Ding zu geben... ist anscheinend nicht... Achso, ich verstehe! Oder? Ach ne, keine Ahnung. Ebenfalls gibt es auch sowas hier. Dann bedanke ich mich erstmal, dass ihr zugesehen habt und dann geht das das nächste Mal weiter mit Dead or Life 6. Ich hoffe, dass es das nächste Mal klappt mit Geschichte. Ich werde erst... ich werde erst mal so gucken, dass ich halt... ähm... PS4 mit dem Rechner verbinden kann. Wenn nicht, dann muss ich das erstmal weglassen. Ansonsten sage ich hier nur noch Ciao!